Du möchtest in die Lounge, du möchtest First Class einchecken, du möchtest aber auch ein Freigewerksstück mitnehmen. Das ist alles kein Problem. Wir haben die Möglichkeit, dir jetzt den Senator-Status zu besorgen, ohne zu fliegen. Meld dich doch einfach an. Unten ist der Link für die kostenlose Beratung. Dann zeigen wir dir, wie es geht. Einmal, wenn du willst, mitfliegen, aber auch ohne zu fliegen. Ich freue mich. Vielen Dank.